Krieg Aber bitte! Aber ihr müsst mal aufpassen, er denkt einen auch einfach um. Oh ok Kommt hier! Hier lang ist besser Das ist ja auch ein hübscher. Das ist ja ein kleines Pferdchen. Kannst du offen lassen, oder? Steine sind glatt, das ist immer blöd, da rutschen die weg. Für Mayra ist das ja voll was. Fang mich, die spielt immer gerne Fang mich. Sie fordert auf. Bei den Rassen brauchen wir eigentlich auch keine Angst vor, dass sie in den Teich springen. Das ist immer beim Labrador doof. Großer Teich, zack, da hat er Spaß dran. Mal zu spielen, die es zu Hause gab von Nachbarn, die sind erstmal den Teich flaschiert. Oh, so schnell kommt man ja nicht mit. Ja. Kalbrieta, spielst du alleine? Da ist erstmal alles andere spannender. Verschwunden. Da kommt's. Wie heißt er? Finlay. Pille? Finlay. 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 Der hört jetzt eh nicht, wenn der spielt, dann ist alles ausgeschaltet. Finlay. In der Bois hübscher wird wahrscheinlich auch viel dummer aussehen. Gut, wenn ich raussch... Der findet ja mal dem Mayra viel hübscher, was? Untertitelung des ZDF, 2020 Jenny, langsam! Ja, Capriti! Capritici! Ja, Caprita! Habla espanol, bella! Was kommst du mir denn jetzt hinterher? Ja, guck mal! Mir wird schwindelig, Caprita!